Wir könnten ein allgemeines Plug-in-Fahrzeug für Kunden empfehlen, die interessiert sind an neue Technologien, die das Fahrzeug eher als zweite oder eher im Kurzstreckenbereich benötigt. Mit einem Plug-in-Fahrzeug kann man reinelektrisch rund 40 Kilometer fahren. Wenn es aber trotzdem weitergeht, dann haben wir jederzeit einen Benzinmotor, der uns für die längere Strecke unterstützt. Die Marke Jeep steht für Freiheit, Abenteuer und natürlich 4x4. Die heutigen Jeepmodelle können wir kombinieren mit dem Benzin- und Elektromotor, damit wir den 4x4 jederzeit gewährleistet haben. Wir haben auf der Vorderachse, als Beispiel beim Jeep Renegade, den Benzinmotor und auf der Hinterachse den Elektromotor, der, wie gesagt, dann so jederzeit den 4x4 garantiere. Unentschlossene Kunden müssen an unsere eDrive-Tage kommen, vom Mittwoch bis am Samstag, den Mut zu haben, in so ein Auto einzusteigen, eine Probefahrt zu machen und sich beraten lassen durch unser Verkaufspersonal, das Reden und Antwort stehen kann. Es ist sehr ruhig, ein neues Fahrgefühl. Es ist immer wieder spannend, ein Fahrzeug zu starten und zu merken, dass eigentlich gar kein Motor läuft. Es ist also sehr entspannt, ruhig zu fahren. Ich habe einfach die Freude, an einer neuen Technologie weiterzugeben und grundsätzlich gefreut, dass ein neuer Kunden bei unserem Jeep gekauft hat.